Ihn hat's voll erwischt. Manuel Cortez kann die vergangenen schlimmen Wochen endlich hinter sich lassen. Der 42-Jährige hatte mit einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion zu kämpfen. Jetzt geht es dem Schauspieler zur Freude seiner Fans, Freunde und Familie von Tag zu Tag besser. Und er erfreut sich wieder an den schönen Dingen im Leben, wie endlich wieder seine Liebsten in den Armen zu halten. Ganz besonders seine Freundin Saina. Lange Zeit verzichtet Manuel darauf, die 41-Jährige in den sozialen Medien zu präsentieren. Doch seine Genesung und die neu gewonnene Freiheit nach einem 20-tägigen Krankenhausaufenthalt könnte doch nun die perfekte Gelegenheit für das erste Pärchen-Selfie sein, oder? Gesagt, getan und hier ist es auch. Zurück im Leben und ganz verliebt strahlt das schöne Paar mit zusammen passenden Hüten in die Kamera. Und wir müssen sagen, Manuel scheint im siebten Himmel zu schweben. Und dieses Glück darf nun auch jeder sehen. Kein Wunder bei der bildhübschen Frau an seiner Seite. Besonders auffällig Sainas knallroter Lippenstift. Aber wie heißt es doch so schön, rote Lippen soll Mann, oder besser Manuel küssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.